So, willkommen hier zurück zu Kree. Wir bauen jetzt einfach hier mal durch, würde ich sagen. Ich habe jetzt keine Lust, den richtigen Weg zu suchen, wenn es hier überhaupt einen geben sollte. Ah, das ist Holz noch dazwischen. Okay, kriegen wir trotzdem weg. Ja, diese Wände will ich haben. Ich will wissen, was das für Wände sind. Ah, es sind doch die Walls oder nicht. Oder vielleicht muss man die nochmal... Jetzt ist es natürlich gefährlich. Sieht so... Ah, okay, ich will eine Mannequin, okay. Was haben wir hier? Eine Lantern, cool. Will ich haben. Kann ich hier abbauen. Hm, okay. Ein Research, der ist sehr schön. Können wir so ein bisschen researchen, falls wir hier oben keinen haben sollten mehr. Äh, Käse. Und schon wieder eine Silbertruhe. Gibt es doch nicht. Eine Tür, die jetzt nichts führt. Auch nicht übel. Ja, das Mannequin. Kann man ständig in so einer Ausrüstung parat legen, falls wir was bräuchten. Finde ich nicht übel. Ist was Gutes. Ähm... Wenn die Frage ist jetzt... Ah, okay, ist schon wieder Nacht. Ja, ich brauche Kies. Ich brauche ganz viele Kies. Wo geht es eigentlich hinten lang? Sieht so ein bisschen nach Ausgang aus. Kann das sein? Ja, ich sollte auf jeden Fall gleich nochmal nach oben gehen. Ich weiß zwar nicht, wie ich hochkomme. Entweder ich finde gleich ein Dings, ein... Ein Kristall oder ich muss halt... Aus Versehen sterben. Nee, sterben tue ich nicht. Ich würde trotzdem gerne nach oben kommen. So. Bäume, Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen. Oh Gott, schon wieder so ein rotes Lava-Vieh. Komm her, hier. Doof gelaufen, ne? Wie jetzt, äh... Stirb, Mistvieh. Gut, noch mehr Goldohr. Und was ist das ja eigentlich? Äh, Stein. Stein? Achso, Stalagneten wahrscheinlich. Werden das sein. Deswegen kriegt man noch Stein raus. Oh, da hinten haben wir was Leuchtendes gewesen. War was Leuchtendes gewesen. Ja, Gott, nochmal diese Scheiß-Dinge. Okay, wir werden es mal töten ganz kurz. Ist ja nur so ein kleiner. Und da rechts sehe ich Wasser. Aber das war das Ding, wo wir gerade gewesen sind. Unter dem... Oh, ein Silber-Key, ein Silber-Key, ein Silber-Key. Ich bin das Ding holen. Einfach mal in die Kiste holen, scheiß drauf. Ich weiß ja, die andere Kiste ist halt näher an dem Portal dran gewesen. Deswegen werden wir uns mal ganz kurz die Kiste hier unten holen. Auch wenn es die kleinere ist, aber ist auch egal. Yeah, alles looten. Was war denn da? Drei von solchen... Oh, Glas, cool. Können wir wahrscheinlich auch machen, wenn wir Sand researchen würden. Am Furnace, also am Ofen, könnten wir da wahrscheinlich auch Glas herstellen. Sieht cool aus... Oh Gott, oh Gott. Sieht cool aus, ähm... Ja. Aber hier ist anscheinend nichts mehr. Ich habe einen Key bekommen. Einen normalen... Von einem stinknormalen Gegner einen Key. Ich würde sagen, ich grabe mich mal hier durch. Ja, also hier unten kann man so viel machen. Ich glaube, bei der Oberfläche kann man genauso viel machen. Ich müsste aber mal weiter nach rechts, links gehen. Da ist ja bestimmt ein Dungeon am Ende der Welt. Oder was weiß ich. Irgendwas wird da bestimmt noch schickes sein. Ja. Auf jeden Fall... Will ich das beste Equipment haben überhaupt. Soll kommen, äh, kleine scheiß Bett. Das hat aber noch minimal Leben übrig, wenn ich es angreife. Äh, Gott. Schon wieder Nacht, ja? Macht ziemlich viel Schaden, 44. Ist meine Rüstung kaputt, oder wie? Fühlt sich so minimal gerade an. Weil ich so viel Schaden kassiert habe. Ja, es tut natürlich echt weh, die ganzen... Meine Reihen hier stehen zu lassen. Aber es dauert mit der Spitzacke mega lange. Ist das Silber? Iron Ore. Ja, nach Silber müsst ihr auf jeden Fall Ausschau halten. Warte, was brauchte ich für diesen nächsten Ding? Psylic? Ja, okay, dann. Irgendwas, was ich noch nicht hatte. Deswegen, I don't know. Vielleicht brauche ich Gold dafür, ich weiß es nicht. Können wir ja gleich mal nachgucken, wenn wir wieder researchen sollten. Aber ein interessantes Game bisher. Ich habe gar keine Wood-Plattforms mehr. Ach du Scheiße. Das ist natürlich mehr als Kacke. Kann man die eigentlich so craften? Platforms. Hätte ich Holz dann bestimmt. Habe ich kein Holz bei? Ne, wahrscheinlich nicht. Kenne ich doch die Kacke. Ach, Menon. Aber, da ist es schon wieder... Ist doch Kacke. Ach, haben wir denn sowas sich von abgehackt? Ich glaube, ich habe sie da abgelegt. Wir können jetzt hier die Bäumchen fällen. Und die dann benutzen. Links habe ich nämlich schon wieder so ein Gold-Ding gesehen. Ist doch Kacke, weißt du? Also, dass wir jetzt schon wieder kein Gold-Key haben. So. Achso, ne. Ich wollte hier so einfach mal das Wasser hinsetzen. Yeee, Wasser. Gut. Da haben wir Wood. Können wir davon Lamba machen. Da können wir Lamba machen. Und aus den Lambas können wir maximale Plattformen machen. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder ganz viele Plattformen. Das finde ich gut. Gut. Da sehe ich wieder eine Gold-Chess. Mann, ist das ätzend. Aber da sehe ich ja hier ganz klar, wo hier dieser Altar ist. Mich würde es natürlich extrem interessieren, was da drin ist. Ich glaube euch auch. Oh, das ist Silber, oder? Kann das sein? Das ist Silber. Das ist Silber. Krasse Sache. Gleich mal alles abhacken vom Silber. Müsste ich so oder so, wenn ich vorbei will. Alles Silber mitnehmen. Ich will eine verdammte Silberspitzhacke haben. Oder dieses bessere Ding. Dafür brauche ich immer noch irgendwas Unbekanntes. Nicht so leicht. Ich weiß ja gar nicht, was es hier eigentlich alles noch gibt. Vielleicht brauche ich ja dann eine Saphir dafür. Oder einen Rubin. Oder einen Diamant. Wer weiß. Und warum liegt da eine Fackel? Warum steht da eine Fackel? Ich glaube, die Stadt da von Anfang an. Naja, das Eisen. Das hört man auch schon am Geräusch. So. Ist hier unten was? Ich glaube, ich habe hier ein Monster gehört. Ne, oder auch nicht. Dann habe ich hier nichts gehört. Ah, gut, dass man hier auch noch Holz findet unten. Finde ich wirklich toll. So, da oben. Weiß ich nicht, ob ich da lang jetzt gehen will. Sieht nach einer Sackgasse aus. Würde ich sagen, gehen wir mal hier oben lang. Nee, komm, komm ich noch nicht so ganz. Ach, Menno. Schon wieder eine Chess, die ich nicht anlocken konnte. Ist doch mega gay. So. Ah, Eisen. Silber hört sich anders an. Silber hört sich nämlich genau so an. Aber das ist halt Gold. Gut. Lassen wir das mal liegen. Schauen wir mal, ob wir so ein schönes weiter erkunden können. Das ist natürlich mega essens, dass wir das nicht mitnehmen können. Aber hey, passt schon. Vielleicht sterbe ich ja gleich aus Versehen. Aber ich nehme immer so viel wie möglich mit. Einfach mal alles erkunden hier. Man kann ja nie schaden. Alle Materialien mitnehmen, die es hier gibt. Naja, gut, nehme ich auch nicht. Aber, oh, schick, schick, schick. Vasen. Finde ich immer toll. Wobei da meist nur dieser Müll drin ist. Genau dieser Müll. Aber was ist das hier? Ist doch direkt unter uns oder nicht? Hm, einmal rumgelaufen. Gut. Und schon wieder eine Goldchess. Das geht mir alles auf den Sack, ey. Wahnsinn. Hm, Eisen. Gold. Man, schon wieder eine Goldchess. Das gibt es doch nicht. Wo kriege ich den ganzen Kies her? Vielleicht soll ich mal mehr Monster bekämpfen? Ich komme ja auch so selten gefühlt. Wieder Hunden. Zehn Auri. Was auch immer ich damit machen kann. Bisher haben wir noch gar nicht viel. So, komm mal her. Kleine Bett hier. Finde ich unfair, dass du fliegen kannst und ich nicht. So, gleich wird sie wieder Schallwellen schicken. Da waren sie schon. Die kleinen Schallwellen. So, da oben ist anscheinend nichts mehr. Schauen wir trotzdem mal rum. Vielleicht ist es ja wirklich Silber. Aber vom Erkennen her tue ich es nicht wirklich, den Unterschied. Das ist Silber. Ja, das sind noch so eine Bröckchen drin. Obwohl sich das gerade eklig anhört. Aber das sind wirklich solche Bröckchen noch drin. So kleine Klumpen. Tja. Ich muss auf jeden Fall wieder irgendwie nach oben dann. Ich glaube, das wird auch eine Rettungsaktion für sich, dann mal nach oben zu kommen. Oder ich finde, das hat ein Kristall. Oder ich sterbe. Ich finde beide Varianten gut, weil durch Sterben, ich verliere nichts durch Sterben. Oh, die haben ja kein Talent leveled ab. Wir sind also irgendwann mal magisch nach oben gekommen. Level 3, Level 5. 4.000 Punkte, krass. Endfire. Uh. Unsere physischen Angriffe machen Feuerschaden. Dann machen sie Wasserschaden. Windschaden. Und Steinschaden. Feuersturm. Ah, geil. Feuersturm ist cool. So ein Sturm von Feuerung gibt uns dann. Aber hier sehe ich kein Ding. Es ist kein Glowhelm. So ein Leuchtehelm. Ansonsten sehe ich ja noch nichts Neues, was wir machen könnten. Also, auf geht's weiter. Schön weiter alles erforschen. Ähm, bin ich hier lang gekommen? Also, wollte ich mich hier reingraben dann? Oder wie war das? Nein, kein Silber. Ja, aber ich sage, wir graben uns hier rein. Nehmen wir die gleiche Diamantscharts mit. Weil es dauert über lange, die Diamantscharts mitzunehmen. Wir nehmen sie trotzdem mit. Hm, einen nehmen wir mit. Reicht mir dann. Dauert viel zu lange. Ja, Kupfer brauche ich mittlerweile auch nicht mehr wirklich unsinniger Kram geworden. So, bevor mich das wieder angreift. Achso, es ist ja eine Etage unter uns. Ja, minimalen Charme habe ich bekommen. Verpufft. Verdampft. So, gehen wir erstmal oben lang. Ne, komm hoch hier. Mal schauen, ob hier noch irgendwas Schickes rumläuft. Na ja, ganz klasse. Ach man, Leute, das gibt es doch nicht. Warum sind denn hier so viele Truhen, aber keine Monster, die hier Kies droppen? Ein Kie, yay! Okay. Vielleicht droppen immer die Monster in der Nähe, die Kies. Ich weiß gar nicht, wo waren die Kies jetzt gewesen? Hier hinten, ne? Da war sie. Oh, da haben wir Pants. Was haben wir denn da für schöne, schöne Hosen? Vier Defense und... Oh, plus eine Tech Speed. Cool, es gibt sogar eine Tech Speed, sowas. Krasse Sache. Finde ich toll. Ja, da hat das Monster einfach mal ein Tier droppt. Mega krass. Ne, komm hoch hier. Obwohl ich mich eigentlich da hinten unten lang hätte graben können. Nein, auch egal. Ich bin da faul. So, hier ist auch nichts mehr. Dann gehen wir mal hier unten lang. Hier wird bestimmt noch was sein. Wir haben zwar nicht mehr so viele Plattforms. 22 Stück, glaube ich. Ja, 22 Stück steht auch da. Reicht noch ein bisschen. Ne, haben wir da Eisen? Äh, Silber. Es müsste Silber sein. Ja, Silber. Yay, Silber. Komm her, Silber. Ich will dich haben. Wobei, warum sagen wir jetzt eigentlich so viel Silber? Weiß ich gerade gar nicht. Ich lasse es einfach mal liegen. Scheiß drauf. Und hier sehe ich, ich höre schon wieder Monster. Oder? Hör ich hier Monster? Nein, das waren, glaube ich, meine eigenen Schritte gewesen. Hm. Okay, jetzt ist es gar nichts mehr. Das glaube ich irgendwie nicht. Hier kann doch nichts sein. Ah, graben wir uns mal hier unten durch. Warum nicht? Aber hier scheint auch nichts zu sein. Aber da unten ist Wasser. Und Wasser ist immer uncool. Weil ich dann keine Sicht mehr habe. Naja. Gut. Oder nicht gut. Jetzt weiß ich nicht, wo ich langlaufen soll. Außer aber jetzt, dass ich jetzt meine ganzen Plattforms erst mal verbauen soll. Ne, nicht dahin. Damit ich hier so ein Stück zurückkomme. Oh, ging es hier unten noch lang? Ne, anscheinend nicht. Ich mache auf jeden Fall einen neuen Kristall. Ah ja. Hier ist ja der eine vorhin lang. Als ich meinte, der ist auf einer anderen Ebene. Aber herauf damit. Aber auch hier ist nichts mehr. Ein Hauch von Müll ist hier. Kein weiterer Gang. Und cool. Ich glaube, ich sollte dich wirklich mal sterben lassen. Töte mich mal. Weißt du, wenn wir mal getötet werden, dann schaffen es die Viecher nicht, oder wie? Ich wäre einfach nur raus. Scheiße, jetzt ist eine Höhle. Jetzt töte mich, Mann. Du hast deine scheiße Bubble zu schießen. Komm, ein Leben habe ich noch. Kriegst du hin. Ich glaube an dich. Aha, danke. Gut. Die Zeit ist schon wieder rum. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020